um ja wahrscheinlich würde ich sagen mache ich das mal ganz krass wahrscheinlich aber vorher leute mache ich bei mir einen kurzen cut es dauert dann jeden moment bis die audio gespeichert ist und dann gehe ich auf die leite sehen wir uns gleich wieder tschö und ich bleib mit mir vorlieben denn das ist eh kacke nein spaß doch habe ich schon recht ja habe ich vorher auch gehabt mein gott ich muss bei ender perl wieder herstellen wir haben nur noch 30 stück gut ja gut habe ich gesagt gold jetzt muss ich mal eben hier drin ach so der materialium gerade stimmt ja so dann bin ich gleich wieder item können jetzt habe ich noch jetzt muss ich nur noch stromkabel ich wollte gleich noch die beiden da habe ich in der fall habe ich die tapp ich erreicht ich darf zwei sticks an sechs machen das kann er nun mal ach das braucht noch einen moment was ist das denn für eine chest was hat die denn noch mal für einen sinn gehabt gar keinen kann ich jetzt alles zwischenlagern backpack die 20k will ich haben dann lassen wir das laufen dann kümmern ich mich immer noch so zu laden was haben wir denn hier noch hier fehlt fotovoltaik wir haben kaum lapis das ist das problem lapis shards erst mal erstellen oh mein gott knet soll ich ausmachen in der zeit zack ja da dann bereite ich das schon mal vor kurz auch da rein da habe ich auch gesagt auch da rein ich muss das irgendwie noch schneller abpumpen mir es gibt ein i.o. ach gleiter wings sind das für sehr für die rüstung glaube ich kann auch so eine komische fliege machen das ist aber gar nicht teuer oder eine obsidian glaube du weißt okay das geht ja könnte ich eigentlich so eine rüstung machen so eine dark plate aber jetzt können wir mal wieder zurück im system sand brauchen wir mal sand ah nicht quicksand sand in die segment packen und daraus silikon machen das weiß ich nicht warum singen wir eigentlich jedes mal ich weiß es auch nicht was du jetzt ja ja was machst du denn hier raus wenn ich also liegt okay jetzt da mach du mal silikon so lange ich bin so ich bin auch wieder da will ich aber nicht nachdem der komische vorgut gesungen hat wieder ich hatte mir eben schon mal so weit diesen mana pylonen hergestellt jetzt muss ich nur die erweiterung machen upgrade davon zwei davon, 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 wenn ich das aber nicht möchte ach jetzt mal den gaia pylonen, okay dann werde ich noch mal die beinen, wie waren die noch mal oh mein gott, sand, clay und platten nehmen hier habe ich wieder keinen inventarplatz frei fick dich kriegen wir denn clay günstig her immer dasselbe aber davon habe ich eine grüne genommen ach so mit deinen mana pflanzen, aber die frisst zu viel mana mit diesem clay, ne mach doch einfach und es ist einfach ich mach mal eben so oder warte mal, kann man das mit diesem komischen mana pool da machen mit dem verzaubern das würde mich mehr interessieren mit sand reinschmeißen, ne ne, clay blöcke, okay aus dem clay block macht er vier stück das das ist natürlich auch logisch, ne ja du schmeißt einen clay block rein und bekommst vier aus dem mana pool raus hätte man jetzt acht raus bekommen oder zwei blocke, okay, würde ich sagen könnte ich aber machen, ne dann baue ich das ding nochmal kurz ab nam 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 ui ouch wo hast du denn die blümchen stehen wo steht hier vorne wo steht hier vorne vor einem postfach wo brauche ich noch zwei dragon stones dann mache ich eher mal die ist es, ne so, ja so, ja ähm das laut Rezept soll das so gehen naja klein wie oh fick dich doch ähm hier gaia spirit muss ich das nochmal ändern clay 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 so gucken wie man clay noch herklingen kann günstig verbraucht die kein mana doch gaia rauch ein ja, ja, ist ja auch gar nicht so anstrengend gai ritoral ups wird die schwer redirect ich dir ritoral ritoral gaia so ne clay pflanze so ne clay pflanze und die ohrpflanze gai ok k Da ist ein Pylon, ein Blöckbe-Biegen. Ist das dein verdammter Ernst? Du brauchst ein Biegen? Ja. Dann weißt du wo du hingehen kannst, ne? Ey, du hast Clay aufgesammelt. Gib mal bitte die drei Stück. Geil of Gaia is a prop. Gaia Spirit, what? Deventory, we gain an active Beacon. Wollt zum Gaia Filon. Wollt one on the level of terror scene. Okay. Warum ist das denn so teuer? Ja, weißt du, du meckerst. Oh, ist das so billig? Oh, jetzt ist... Ist so teuer. Oh. Nur als ein Biegen kostet? Nein, das ist extrem schwer auch herzustellen, das alles. Wieder nochmal. Clay. 1, 2, 3. Level. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch. Kann ich QuickSend wohl auch nehmen? Bestimmt nicht, ne? 1, 2. Ach, warte. Natürlich mehr. Natürlich mehr. Obwohl. Komm, ich mach so. Ähm, einmal den abbauen. Ob er QuickSend hier nehmen könne, hab ich nämlich das auch weg. Ähm. Sag ich mal. Hier hin. Zack. Da hinsetzen. Bum, 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 bum. Zuladid brennen. Und click. Was halten wir denn für den Ofen? Das ist hier glaube ich nur zweite Stufe. Guck jetzt nicht. Au. Au. Mh. 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 Okay. Ah, der ist zweites Stufe. Egal, das reicht, wenn der brennt. Okay. Okay, das ist auch fertig. Dann warten wir auf den Moment, wenn's fertig ist. Komm, ganz normaler Gott, der. 9, bitte fuck. Darf natürlich jetzt keiner. Das Ding produziert, kann ich nicht beschrieben, Mama. Da machen wir das disabled. Und jetzt kann er noch able. Pull. Oh, nee, er kommt. Kommt. Push. Dann warten wir so lang. Nochmal. Warten wir erstmal hin oben stehen. Uuh. Uuh. Naja, warum ist da hinten noch ne chest dran? Pull. Warum ist denn? Pull. Der hinter denn. Achja, dahinter kann ich auch noch was reinlöfen, stimmt ja, haben wir auch noch. Falls wir mir die Obsidian Kiste mal voll geklatscht hatten. Oh, ich bin so sexy. Echt? Nicht. Ich muss ja eben kurz Tüte knistern. Ja, machst du sowieso, immer. Ähm. Umstellen. Dann pumpe ich jetzt mal so Mana noch rein. Och, ich sollte auch Magnet ausmachen, das vergesse ich jedes Mal.